Musik Innen ist die Polizei bzw. die Leere, das ist der Kern der Zelle. Außen sind wir Menschen. Und dann können wir anfangen, je größer der Kreis wird, einzeln mit den Leuten, den Polizisten, ja auch Menschen zu sprechen. Musik Sagen Sie mir das bitte. Und sagen Sie, verlassen Sie diesen Ort. Welchen Ort meinen Sie? Nummer 32134. Stehen Sie mir bitte Antwort, wo ich stehen darf. Diese Durchsage richtet sich an die Personengruppe vor der Absperrlinie Rosa-Luxemburg-Straße, Ecke Torstraße. Bitte verlassen Sie unverzüglich den Bereich. Sie verstoßen in die Einwendungsmaßnahmenverordnung, da Sie das Abstandsgebot von 1,50 Meter nicht einhalten. Des Weiteren handelt es sich um eine verbotene Ansammlung von mehr als 10 Personen. Dies stellt eine Straftat dar. Sollten Sie sich nicht unverzüglich entfernen, erfolgen polizeiliche Maßnahmen gegen Sie. Dritte Durchsage 1555 Ende. Deutsche Polizei, Schande! 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 Deutsche Polizei, Schande! Deutsche Polizei, Schande! So seid ihr! Schreibt euch! Holst den Böller! Wir sind das Volk! 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 Kommt bitte her, wir machen keine Schramm! Und da war eine Mindestabgabe von anderthalb Metern ein Volk. Wir sind das Volk! 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 Bebeiren wenn Sie Scheiß wollen, dann abervolk zu finden! Braucht ihr Hüttel Multiple Bra他的? Ja, Demokratieossa. Warum der Kabel hat denn noch einen anderen Rumpfk attendiert? ein Verstoß und eine Straflage nach dem Infektionsschlussgesetz in Verbindung mit der Eingangsmaßnahmenverordnung des Senats in Berlin. Die Polizei führt derzeit drei Infektionsschlüsierungen und drei Verstellungen durch, weil sie sich links entfernen. Ich frage mich die Leiter doch mal auf, nicht auf diesem Bereich der Einzel- und Machthaltigweite, aber da haben wir eine Straflage von 8,5 Metern einzuhalten. Danke, bitte. Los Jungs! Lass mich das. Christian! 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 Sozialisten sind Linke, ne? Was heißt denn das? Du hast uns doch so bezeichnet. Nein. Natürlich. Gehen wir mich zurück. Entschuldigung. Tut mir leid. Entschuldigung. Tut mir leid. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!